Ja, moin Leute, servus und herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um Sportwetten für den Morgen Samstag gehen, für die zweite und die erste Bundesliga. Wir gehen die Spiele kurz und kompakt in der Prognose durch. Ich habe drei Tipps für dich mitgebracht. Ansonsten der letzte Tipp war das DFB-Pokal-Video. Dort gab es die Abstimmung zum Spiel Werder Bremen gegen Osnabrück. Das war der Haupttipp mit zwölf Stimmen. Wurde angespielt, wurde mit in die Statistik aufgenommen, war leider dahingehend falsch, was sehr, sehr schade ist. Aber ansonsten gerne auch heute im heutigen Video wieder abstimmen. Ich bin optimistisch, dass wir langfristig, wenn wir das System durchsetzen werden, hier auf einen grünen Zwei kommen werden. DFB-Pokal, da hat es ja den einen oder anderen erwischt in Sachen Verlängerung. Ja, das war gar nicht mal so souverän von den jeweiligen Mannschaften. Borussia Mönchengladbach gegen Bayern. Vielleicht sieht der ein oder andere das Video noch vor 20.30 Uhr. Meine Prognose ist, dass ich mich hier von dem Spiel fernhalten würde, aufgrund der Tatsache, dass Bayern München hier die Testspiele relativ geringflügig überzeugend bestimmt hat. Dort gab es eigentlich nur Niederlangen, außer gegen Ajax Amsterdam. Dort gab es ein 2 zu 2. Es wird sich zeigen, wie die Mannschaft nach dem Abgang von Hansi Flick und jetzt dem neuen Trainer Nagelsmann performen wird. Deswegen würde ich mich hier von einem Tipp fernhalten. Bielefeld gegen Freiburg. Für mich ein ausgeglichenes Spiel. Bielefeld mit einem spektakulären 3 zu 6. Eine reguläre Spielzeit gegen Bayreuth im DFB-Pokal. Und der SC Freiburg mit einem souveränen 0 zu 1 bei den Würzburg Kickers. Bielefeld mit ganz interessanten Verpflichtungen für die neue Saison. Sie wissen, was auf sie zukommt. Tipptechnisch seht ihr das Ganze quotentechnisch relativ ausgeglichen. Ich würde mich hier auf jeden Fall eher fernhalten. Augsburg-Hofnheim. Zwei Mannschaften, die ich geringflügig verfolge. Beide für mich eher uninteressant in ihrem Fußball, was sie spielen. Hoffenheim relativ schwach in der letzten Saison. Man muss aber dazu sagen, dass vor allem in der Hinrunde sehr, sehr viele Spieler ausgefallen sind und mit ihrem neuen Trainer Hoeneß, der noch keine Bundesliga-Erfahrung hatte, musste sich das Ganze erstmal fangen. Es bleibt spannend, wie Hoffenheim dieses Jahr performt. Tipptechnisch ist für mich das Ganze eher weniger interessant. Union Berlin gegen Leverkusen. Union Berlin mit einer ganz starken letzten Saison. Sie haben sich ja für diese komische Europa-Liga oder was auch immer das für einen Cup qualifiziert. Die Testspiele waren auch sehr erfolgreich. Leverkusen ist meist eine Hinterrunden-Mannschaft. Das muss dazu gesagt werden. Sie performen meist ganz ordentlich in der Hinterrunde. Aber auch hier wird sich zeigen, wie die Mannschaft unter dem neuen Trainer jetzt abseits von Bosch performen wird. Für mich ist hier der Tipp ganz interessant. Beide Teams treffen. Das ist jetzt hier schon wieder weg. Aber hier gibt es eine 1,73-Quote. VfB Stuttgart gegen Kreuter Fürth. Ja, Stuttgart-Favorit Fürth-Aufsteiger. Fürth hat sich gegen Babelsberg in der ersten Pokalrunde blamiert. 5 zu 4 im Elfmeterschießen ausgeschieden. Ich sehe hier den Stuttgart-Sieg als sehr wahrscheinlich. VfL Wolfsburg gegen den VfL Bochum. Hier sehe ich den VfL Wolfsburg deutlich vorne. Trotzdem muss sich, glaube ich, das Team unter Marc van Bommel erst mal finden. Dahingehend sehe ich hier erst mal noch keinen wirklich interessanten Tipp. Ich würde sagen, gehen wir zur zweiten Bundesliga rüber. Das ist so meine Hauptliga, die ich am meisten verfolge. Dort haben wir auch ganz interessante Spiele. Schauen wir uns das Ganze mal an. Und zwar Schalke gegen Erzgebirgeau ist das erste Spiel, welches bereits heute stattfindet, im Morgen stattfindet. 13.08.18.30 Uhr, genau. 1,55-Quote, natürlich nicht sonderlich interessant. Erst mal im ersten Augenblick. Trotzdem sehe ich hier Schalke als klaren Favorit. Ich habe Aue in den ersten Spielen gesehen. Sie haben zwar am zweiten Spieltag eine kämpferische Leistung hingelegt. Trotzdem haben sie schon ordentlich ihre Geschwächen offenbart gegen Nürnberg. Denn die Offensive ist wirklich so absolut harmlos dahingehend. Ja, für mich, ja, Schalke wird das Ding rocken aus meiner Sicht. Dann das Nordderby St. Pauli gegen HSV. Für mich zwei sehr, sehr starke Mannschaften für die zweite Bundesliga. Deswegen eher schwierig einzuordnen. Aber, ja, hierzu würde ich mich auch tipptechnisch gar nicht festlegen wollen. Ansonsten haben wir noch Kiel gegen Regensburg. Ich glaube, Kiel muss sich erst mal wieder finden in der Saison. Nürnberg gegen Düsseldorf. Nürnberg bestimmt schon für mich ein bisschen ein wegweisendes Duell in der Hinsicht. Aufgrund der Tatsache, dass beide Teams um den Aufstieg mitspielen möchten. Nürnberg relativ, ja, ordentlich kann man bisher sagen. Düsseldorf natürlich auch. Sandhausen-Karlsruhe, kleiner Favorit ist für mich der KSC. Aber jetzt nicht sonnenlich groß. Dresden gegen Hannover. Dresden jetzt aufgrund des starken Auftakts. Bisschen favorisiert für mich Hannover. Aber trotzdem natürlich nie zu unterschätzen. Aufgrund der Einzelspiele, die sie haben. Aber ansonsten, ja, sonst gibt es noch weitere Spiele. Bremen, Paderborn, relativ schwierig zu sagen. Bremen hat mich im Pokal sehr, sehr enttäuscht. Darmstadt auch Abstiegskandidat für mich in dieser Saison. Und Heidenheim gegen Rostock auch völlig offenes Spiel. Rostock in einem ganz starken 13-0, zum Beispiel bei Hannover 96. Heidenheim, ja, muss ich zeigen, wie sich die Mannschaft entwickeln wird diese Saison. Trotzdem natürlich eine Top-8-Mannschaft aus der 2. Bundesliga auch für diese Saison. Aus meiner Sicht wieder trotzdem. 2,016-Quote überzeugt mich hier nicht. Drei Tipps wären es an der Zahl. Ihr könnt gerne den Bonus verwenden. 122 Euro gibt es gratis bei 22bet. Die könntet ihr einfach hier setzen. Da habt ihr auch kein Risiko dahingehend. Und ansonsten wäre es das schon mit dem Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne kostenlos abonnieren. Ich versuche wieder täglich Videos zu bringen. und ansonsten natürlich einen Daumen nach oben da zu lassen. Würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Ich wünsche dir viel Glück bei den Wetten und kann nur noch sagen, hau rein und ciao.